Tja, und jetzt werden von der Polizei angehalten und alles ist für den Arsch. Alles ist für den Arsch. Richtig. Aber das wäre nicht gut. Gibt's kein Führerschein mehr, kein Auto mehr, ja, nix. Weißt du, wie kontrolliert ihr den Führerschein, wenn man ein Auto kauft? Nee, warum? Nein. Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ansonsten kaufen wir es für einen Freund. Ach, da fragen die gar nicht nach. Die wollen ja nur verkaufen. Da geht die auch ja nix an. Da geht die gar nix an. Ach ja, kriegen wir ein schönes Auto. Ja. Und dann haben wir ja noch unser Auto jetzt, ne? Das können wir auch noch verkaufen dann. Ja, da haben wir einfach. Ja. Und das Fahrrad geben wir jetzt ab für 450, ne? Ja, 54 Dollar ist. Okay. Weißt du, wir müssen eine Anzahlung machen, wann bestellen? Ja, das war weit. Hören wir doch jetzt. Die haben ja bestimmt da irgendwo einen Geldautomaten oder so. Wenn da was sein sollte. Oder mit Kart. Ja, oder mit Kart. Hüterum, wie geht's dir? Wir kriegen ein neues Auto. Tja. Eine kleine Hotel. Das ist Polizei. Gar nicht. Nee. Das war ein Rubbel. Guter. Wirklich? Ja. Die kleine Kiste wird gut Zeugbaut. Ja, ja. Ja, ja. Glaube ich schon. Ja. Das ist echt günstig, die kleine Knutschkugel. Aber ich glaube, die ist langsamer als der hier. Aber ist egal. So, erst mal hier zum Park, ne? Oder willst du erst Auto? Ja, erst mal zum Park. Dann müsste man das Fahrrad holen und hier runterfahren damit, ne? Nee, wir nehmen den Knilch einfach mit. Ach so, okay. Meinst du, der ist doch hier? Oh, komm. Oh, komm. Gehe ich keine Mittag. Ich hoffe, die Mann. Okay. Äh, äh. Wie hieß der nochmal? Spiritusentee oder sowas. Wo ist er denn? Äh, da. Mhm. Ja, Theo. Hallo, ich bin's nochmal wegen dem Fahrrad. Ja. Was hast du gesagt? Gibst du, äh, zahlst du fürs Fahrrad? Ja. Wenn du so lieb wärst, würde ich das machen. Ähm. Ja, ähm. Wo bist du denn? Dann können wir das vielleicht gleich abklären. Ja, wirklich? Sehe ich dich da? Ich parke nämlich gerade hier. Ich mach mal die Stadt. Ja, ansonsten steigst du einfach mal kurz ein, wenn du Zeit hast. Dann drücken wir... Okay, alles klar. Okay. Wie heißt die Karre nochmal? Brios oder was? Kommt der jetzt noch hier? Ja, wir nehmen den jetzt mit. Ach so, der geht Geld holen. Was gibt der jetzt? Ja, äh, 500. Okay. Äh, hier war das irgendwo, was? Irgendwo hier? Da, 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 da. Hier irgendwo. Ungefähr. Okay. Ja, steig ein, Theo. Okay. Schönen guten Abend. Hallo. So. Du bist der Fahrradkäufer. Dann flitzen wir mal kurz nach Weinbund. Da steht das Fahrrad. Da kannst du das direkt mitnehmen. An wen möchtest du das Geld verschämpfen? Ich würde gucken einfach, wer... Vielleicht mal einen von den vielen gerade. Ja. Am besten in der Börse, wenn der jetzt neu ist. Das ist aber ein Headfront hier. Das schäme ich sicher. Das schäme ich sicher. Ja. Äh, Zeri, ich komme nicht wieder. Ich will in das Fahrrad. Es tut mir leise. Bis gleich. Habt ihr jetzt ihre Freunde stehen lassen? Ja. Ach Gott. Gleich bringe ich die zum Alente. Das sind jetzt nämlich alles Leute, die dann eingereist sind. Ach so. Und dann... Ja, ich dachte, ich helfe ein bisschen. Ich habe ja auch... Weiß ja noch, wie ich damals... Wie ich damals hier ein bisschen verloren war in der Stadt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ach guck mal, wir haben einfach mal gewohnt. Ach ja. Hat mir doch keine Kakerlaken. So. Das Fahrrad hat keine Kakerlaken. Nein, das war... Das Fahrrad hat keine Kakerlaken. Ja, heute ist es ein bisschen wild in der Stadt, ne? Ja. Ja. So. Wo ist denn jetzt hier der kleine Puff? Hier. Hier ist der Puff? Hier links, da ist es ja. So. Kommt doch mal mit. Ha. Manche sind heute noch verloren. Das stimmt. Das stimmt. Ha. Kinders. Boah, ich habe Hunger, aber... Ich habe noch nichts heute gegessen. Ach, nee. Ein bisschen Kohldampf habe ich schon. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Dann gönn dir was nach dem Stream. Ähm, ja, Pellkartoffel. Pellkartoffel mit, äh, grüner Soße. Kennt ihr das? Ja, ne? Ja. Mit so einer Eiersoße. Ja. Total lecker. Aber ist ja auch überall bekannt. Und? Und geklappt? Ja, geklappt. Ja, schön. 500 Dollen. Da müssen wir, müssen wir einzahlen, ne? Ja, das müssen wir einzahlen. So, jetzt schon den Spinatmann. Oder behalte das Geld erstmal, weil wir heißt, vielleicht müssen wir was einzahlen. Ja, einzahlen. 11.000, ja. Wie, 11.000? Ah, nix, da stand gerade der andere Käveli. Irgendwann? Eigentlich tage ich. Eigentlich tage ich. So, kannst du das jetzt nochmal kurz wieder reindrücken, bitte? Weiß er ja schon. Wer? Wer hat Theo? Achso. Spiritiose, Mann. So. Oh Gott, heute bin ich aber auch viel gefahren, ja? Eine Dose Fisch? Ja. Was ich auch gerne esse, also jetzt Thunfisch. Thunfisch. Und, ähm, da gibt's ja, also so ein Sandwich machen. Ein Sandwichmaker. Thunfisch, dann, dann, äh, Remoulade, Käse, Zwiebel, Knoblauch. Oh Gott. Auch lecker. Der hat jetzt schon Rosenkohl, den kannst du alleine essen. Hihihi. Mottensack, ne? Fellmänner mit Sauce-Trip. Böh? So, ich bin mal gespannt, was der Mann sagt. Was hat der gesagt? Ja, weiß nicht. Stell dir mal vor, der sagt, den gibt's gar nicht mehr. Der Ausführer. Ach, der hat doch gerade gesagt, dass die noch gibt. Okay. Den Weiß gibt's den bestimmt. Hör auf, ich bekomme Hunger. Ja, was meins, weil ich Kohldampf hab. Ich hab heute Morgen einen Toast gegessen, einen Toast, und seitdem nichts mehr... Oh! Da war denn jetzt wieder der Puff. Ach, da. Hier, hier. Er hat, na? Nee. So. Ah, der, der ist noch da. Guck. Ich sag dir, der ist noch da, der Mann. Ja, Gott sei Dank. Schichtfleisch? Was ist denn das? Was ist das denn? Was ist Schichtfleisch? Schickkäsenudeln. Oh, ja! Guck mal. Äh, also. Ja. Aber ich geh mal wieder da. Ja, hallo. Wir waren da oben und sind jetzt im Club. Bei Bruno. Ja. Ich kannte Bruno tatsächlich schon. Ja. Ach, okay. Sehr gut. Ja. Ganz mysteriös. Und jetzt möchten wir was kaufen. Okay. Im Prioso oder doch jetzt in einem anderen Wagen? Nee, wir sind ja jetzt im Prioso-Club. Okay. Und wir hätten gern, äh, oben kennen Sie ja bestimmt, der hat den in ganz weiß. Sitze weiß, Lenkrad weiß, ja. Mit der weißen Innerstattung. Ja. Also ist das, haben Sie sowas? Äh, also da haben wir es nicht, aber wir könnten es bestellen, ja. Und wie lange dauert sowas? Ähm, wir haben heute den Donnerstag, das heißt... Wir haben heute den Donnerstag, ja. Genau, der würde mit der nächsten Fahrzeuglieferung am Sonntag mitkommen. Am Sonntag? Das würde schon passen. Wie viel Uhr ungefähr? Das hängt natürlich immer davon ab, ob jemand von Cycles zu dem Zeitpunkt da ist, aber erfahrungsgemäß so ab 20 Uhr. Oh, das passt, ja, passt gut. Ja. Und was wird das jetzt kosten dann im Endeffekt? Also der Herr Bruno hat gesagt, ähm, 2,9 wird uns der kosten, der Prioso. Ist das so richtig? Das ist so richtig, genau. Da gehen wir nochmal auf 400 Dollar runter. Okay. Und das ist dann aber auch, ähm, ein Preis, den wir fix machen müssen. Also da ist auch nichts mehr zu machen. Nee, nee, ist gut. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist super breich. Wissen Sie denn, welchen ich meine, den ganz weiß mit den weißen Sätzen? Ähm, wissen Sie, wem der Wagen gehört? Vielleicht habe ich eine Chance, da nochmal im System zu gucken. Der steht oben beim Bruno an seiner Tankstelle. Ja. Dann wird das wahrscheinlich Bruno-Sonne sein. Ich schau mal eben fix. Ja. So, was ist jetzt Schichtfleisch? Was war das jetzt? Gerrit Grünkohl, auch lecker. Abends haut das voll rein, das stimmt, ja. Der ist ein 134 Pure White. Mit Zwiebeln, Speck und Papier. Was für ein weiß ist der? Ein Speck, ah, Richie. Äh, das ist ein pures Weiß, nennt sich das, also Pure White. Genau, ganz weiß. Und er hat weiße Sitze und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, glaube ich auch weißes Lenkrad und sowas. Ja, den wollten wir gerne haben. Okay, ja klar, das kann ich ja arrangieren, das ist kein Problem. Gut, müssen wir irgendwas anzahlen? Ähm, ja, also einen gewissen Preis schon. Ähm, ich hätte jetzt gedacht 2000 und dann Rest bei Abholung. Dann müssen wir, warum haben wir den Automaten? Oder kann man bei Ihnen auch mit Karte zahlen? Die Karte geht leider nicht momentan. Ach so. Das ist, äh, Kartenlesegerät funktioniert leider nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir holen das Geld ab und sie machen die Bestellung fertig. Okay, dann machen wir das. Okay, bis gleich. Bis gleich. Dann schiebe ich dir jetzt gleich Geld rüber, wegen Mietjo und Scho, ne? Ja, grad. Komm. Es geht sich schon irgendwie aus. Nee, kann ich nicht sagen. Wenn wir das andere Auto auch mal verkauft haben, haben wir auch wieder Geld. Können wir den, können wir den denn fragen? Die, die kaufen den nicht, aber die stellen den da hin zum Verkaufen. Ja, das machen wir aber ein andermal. Da muss ich nochmal gucken. Komm. Aber wir können den fragen, wir können den fragen, was unser Stromdummen da kosten sollten. Was wir kriegen, komm. So, da sind wir mal wieder. Perfekt. Sehr gut. Dann würde ich Sie einmal ganz kurz eine Theke bitten, ne? Ja, natürlich. Genau, ich habe jetzt eingetragen, der Priuse 2 in der Farbe 134, sowohl Primär als auch Secondär. Ja, richtig. Weil sonst, wenn ich die Secondärfarbe weglasse, würde der in Schwarz kommen. Oh nee, das wollte man nicht, ne? Perfekt, äh, 2000 zahlen Sie heute an. Ja, kann ich Ihnen das direkt rüberschieben? Klar, kannst du schon mal machen, gerne. Okay. So, bitteschön. Perfekt, dankeschön. Ähm, dann bräuchte ich aber noch einmal ganz kurz Ihren Ausweis und eine Telefonnummer. Ja, natürlich. Also, wenn der Wagen kommt, dann... Hier einmal meinen Ausweis. Mhm, danke schön. Ich bin direkt rein. Achso, morgen gibt's wieder, morgen Abend, Rust, ne? Eventuell morgen Mittag, ähm... Warte mal, frei. Nee, oh, nee, morgen Mittag kann ich gar nicht, ich bin Doktor. Ähm... 9, 6... Ja, stimmt, 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 stimmt. Und dann morgen Abend gibt's, äh, Rust-Platz. 9, 3, 9, 6, 4, 7, okay. Genau. Ich hab mir noch mal eine Frage an Sie. Ja, natürlich, gerne. Wir haben zur Zeit ja noch diesen Strumdum, ne? Den... Also das Auto, so ein Strumdum haben wir. Strumdum? Ja, wie heißt es noch mal? Stratum. Stratum, ja, genau. Was sowas wert ist. Ja, wenn wir den, ähm, ähm, wenn das andere Auto da ist, denn, äh, verkaufen möchten, wissen Sie ungefähr, wie der, wie der, wie der, wie der so der Gang ist? Also, ähm, also, äh, ich kann Ihnen anbieten, dass wir den Wagen für Sie hier verkaufen. Ähm, ja. Ich denke mal, also rechnen Sie so mit 3, 8, 3, 8 bis 4, also... Okay, also in der Spanne. In der Spanne, alles klar, also sobald wir denn das andere Auto haben, vielleicht am Sonntag, könnten wir auch den anderen hier lassen. Ja, genau, genau, also, ähm, klar, wir würden dafür auch eine Provision nehmen, in Höhe von 500 Dollar. Ja. Ähm, aber, äh, über die ganze Abwicklung würden wir uns halt kümmern. Okay. Wenn Sie wollen. Ja. Okay. Ja, da... Hört gut an, ja. Ja, da würde ich sagen, dann, ähm, sprechen wir da am Sonntag nochmal drüber. Mhm. Okay, perfekt. Sie melden sich denn, sobald er da ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, rechnen Sie mit Sonntag, ja? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Dankeschön, dann hat's schön, schönen Abend. Okay, dann danke und schönen Abend. Tschö. Wir wünschen auch. Gerne. Wiedersehen. Guck mal, dann kriegen wir noch viel Geld dafür, ne? Ja, so ungefähr. Ja, wenn wir 500 da Dingens zahlen, ähm, denn, ja. Warte, guck mal, ich meine Mülltorte. Oh, nein, hör auf jetzt. Wir müssen ja irgendwo dran sparen, an Essen geht's. Ach, nee. Komm. Wie sieht denn das aus? Sie kaufen da was für 2.000 und du guckst den Mülltorte. Ja, müssen wir den Kürtel enger drehen, ne? Ja, du drehst so einiges. So. Ja. Ja, dann müssen wir ab Sonntag wartet es dann Führerschein, ne? Führerschein machen und haben direkt neues Auto. Ja. Ja. Das cool, oder? Das ist richtig gut. Dürfen wir auch endlich offiziell fahren. Ja. Wo willst du hin? Ja, wo wolltest du denn? Nach Haus, ne? Ja. Also, wenn's für dich okay jetzt? Ja. Freu mich auf Auto. Ja, ich mich auch. Und Sonntag Führerschein machen, ne? Ja, freu mich auch drauf. Ich auch. Das wird bestimmt gut. Der, der ist ja komische Medizinkurs heute, der war halt zum Schnarchen. Ja, ich war, ne? Boah, ich bin immer so kurz, seit ich eingeneckt war. Die hat auch komisch gewesen, die Frau, ne? Ja, immer so... Da, 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 da. Hast du das mal? Teferwillig. Der kostet 12.000. Ja, das ist nur so gut. Das stimmt. Vielleicht frisch der auch nicht so viel Benchinen wie der hier. Na, das würd ich nicht wetten, war? Wollt ich mal gucken. Hat vier... Ne, das schaff ich nicht so. Ja, überdemen wird nicht vier. Nein, nein. Wenn wir, wenn wir das nächste Mal, ähm, 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 so viel Sachen mit dir. Zum Beispiel 1.500 Chaps erreichen, dann, denke ich mal, werden wir nochmal ein Achter machen oder so. Ja, so als Highlight. Ja. Aber 24, nee, das kann ich nicht mehr. Echt nicht. Das hab ich letztes Mal, glaub ich, vor vier Jahren gemacht oder so hier auf Twitch. Und danach bist du sowas, also ich war sowas von fertig und... So sind da. Ja, richtig. Ja. Ach so. Ah, ah, hast du abgeschlossen? Ja, natürlich. Okay. Direkt wieder abschließen. Ja, besser so. Da haben wir ja einiges heute geschafft, wa? Ja. Haben wir eigentlich noch Getränke im Auto? Wieso? Das muss ja noch voll sein, ne, oder? Haben wir das nicht alles reingetan? Oder doch? Ja, doch. Ja, haben wir. Ja? Warte. Wie, wie die ja wohnen. Guck mal hier, wir haben so einen eigenen kleinen Zoo. Den hat nicht jeder hier. Guck. Da. Da krabbeln sie. Die haben auch Namen. Normalerweise darfst du denen aber keine Namen geben, weil wenn die die ist, dann wird das persönlich. Ja. Ja, 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 mach. Geh noch chänen putzen. Hup. Die du's erst. Was hat er gelacht? Wat? Warum pa- Nun? Ja. Hä? Wo? Hallo. Wieso bist du nackt? Du alte Sau. Hä? Wat is? Hör auf zu heulen, Chantal. Was ist? Wieso? Ja, ich versteh dich nicht. Hör mal auf zu flennen. Ich versteh dich echt nicht. Hör mal auf zu weinen. Wisch dir die Tränen ab mit deinem Rest vom Büstenhalter da und... Wat is? Warum bin ich denn hier? Ja, wat, wat... Wo sind wir denn hier? Wo bin ich denn hier? Hä? Ich hab gar nichts an. Ja, wat machen wir denn hier? Ich hab keine Ahnung. Wir müssten eigentlich hier... Hä? Ach, du hast ja gar nichts an. Nö. Weißt du, ich bin werwolf? Wat bist du? Werwolf? Ja, du bist gleich... Du hast gleich ein Gewehr im... Weißt du, ich hab mich beim letzten Mond verwandelt. Ja, komm, lass jetzt nicht reden hier. Wir müssen zum Führerschein. Komm. Ich hab gar nichts an. Ja, ist mir doch egal. Geh so. Sag es warm, ist Bikini. Ich kann doch so nicht laufen. Ja, natürlich kannst du gehen. Mir gefällt das. Komm. Ich mein, du könntest auch ein bisschen Training vertragen, Fitnessstudio, aber sonst ist das alles okay. Also, ich hab wen umgebracht. Wen hast du umgebracht? Ich hab mich getötet. Ach, hör auf zu reden, sowas. Ja, wenn ich aber doch ein Wehrwolf bin. Wat bist du? Wehrwolf? Ja, du hast einen da klatschen, das hast du. Ja, aber wie komm ich denn hier hin und ich hab nichts. Ich weiß das nicht. Wir rufen jetzt mal... Ein Taxi. Ich hab mit so viel Juckbohnenfleisch. Oh, Scheiß. Ja, du mit deinen Juckbohnen. Wer weiß, was da gejuckt hat. Ich kann doch jetzt hier nicht so stehen. Ja, Moment. Oh Mann, ich versteck mich hinterher. Wo sind wir denn hier? Ja, Palito Bay irgendwo da vorne. Ja, und man kann ja mit dem Taxi. Oh, Scheiß. Ja, ich bin's hier, Schmoker. Kurz für den Taxi. Wir bräuchten bitte ein Taxi. Wohin? Wir müssen abgeholt werden. Meine Frau ist halbnackt. Hier in Palito Bay da, kurz bei der Tankstelle da, so auf der Hauptstraße. Ja, okay. Bin unterwegs, ich kümmere mich. Dankeschön, ja. Tschö. Jo, tschau. Der ist unterwegs und der möchte gerne Möpse sehen, hat er gesagt. Was? Ja, hat er gesagt, ne? Bitte bleibt da stehen. Ja, ich bin... Wieso bleibt er stehen? Ich kann doch hier nicht so stehen an der Straße. Guck mal, du hast doch, guck mal, du hast so kleine Tittis. Da sind die Haare doch drüber. Das sieht doch gar keiner. Was soll das heißen, ich hab so kleine Tittis? Was? Was soll das heißen? Ja, hab ich ja mehr. Bitte? Ja, mach mal eine Wette. Oh, guck drauf an. Ja, ich hab mehr. Das Winter, dankeschön. Dankeschön für zehn Monate. Warte, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Was finde ich bereit? Das heißt, du findest die zu klein. Nein, ich find die nicht klein. Die sind genau gut. Ja. Du magst die also gar nicht? Doch, ich mag die. Ich war ja früher Apfelflücker. Natürlich. Apfelflücker? Ja. Jetzt hab ich also Äpfel. Wie Äpfel? Apfelfl. Ja, Apfelfl. Das waren die Tittis. Sag mal, guck mal, guck mal, was für eine Situation ich hier bin und dann bist du voll gemein. Nein, bin ich gar nicht. Oh, look. Du, look, du geile Sau. Dankeschön für... Tippi ist schon wieder kaputt, ne? Tippi ist schon wieder kaputt. Vielen, vielen Dank für fünf Sub-Geschenke. Dankeschön. Jetzt fehlen, glaube ich, noch 135 Subs bis 1500 bis zum nächsten Acht-Stunden-Stream. Oh, look, vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Haut mal Liebe raus für, oh, look. Und Kopfnuss ist im Achten. Vielen, vielen Dank für die acht Monate. Vielen, vielen Dank. Was? Hoppa, bin ich noch... Nee, man sieht dich nicht. Nein, geh runter. Ja, ist ja... Und zerschreckt dich noch der Taxifahrer. Ach, eigentlich. Willst du sagen, das ist hässlich? Nein, du bist nicht hässlich, aber... Ja, was weiß ich. Was weiß ich? Wie, was weiß ich? Hä? Schämst du dich? Für dich? Guck mal, wenn ich hier in dem Busch stehe, sehe ich aus, als wäre ich hier rausgeboren, wie eine Blüte. Wie eine was? Wie eine Blüte. Ja, fehlt aber Wasser, die ist schon verwelkt. Jetzt sei ein Scheiß ernst, ich bin verwelkt. Nein, der Busch, der braucht mal Wasser. Na warte, ich muss eh... Achso. Griss mich. Wie griss dich? Was hab ich heute für eine freche Schnauze, oder? Wie kommst du eigentlich hier hin? Hast du mich verschleppt? Genug gerade... Ne, warte, nein. Hast du mir Drogen gegeben, mich hier an der Hütte verkauft? Ne, du hast gesoffen wie so ein Loch und da wolltest du spazieren gehen, dann sind wir hier oben hingegangen. Ja. Kann ich mich nicht dran erinnern? Ja, ich, ja. Ich glaub eher trotzdem, dass ich ein Wehrwolf bin. Du bist ein Wehrwolf? Ich hab magische Kräfte bestimmt. Ja, du hast magische Kräfte, ja. Was hab ich? Was hast du? Wow, wie du bist. Ja, hör doch mal auf, ich kann dir nichts dafür, dass du zieh dir mal was an. Ja, ich hab doch nichts. Ja, dann nimm Blätter aus dem Gebüsch oder sowas. Ja, bin ich Eva oder was? Was? Eva. Ja, ich hab einfach hier sitzen. Promo-Party, wie geht's dir? Indio, grüß dich. Alper. Was ist? Warpik, ne? Ja, der müsste gleich kommen. Ja. Dann müssen wir erst nach Hause. Guck mal, jetzt haben wir schon so... Ach, das gibt schon wieder nichts dafür. Da kann ich ja nichts dafür. Ja, warum bist du auch nackt? Hä? Du bist doch auch hier. Meinst du, wir werden jetzt schneller, wenn ich was angezogen hier oder was? Ich hab was angezogen. Meinst du, wir werden schneller, wenn ich was an hätte? Hm, ja. Wahrscheinlich nicht. Doch, jetzt müssen wir erst nach Hause, musst du dich umziehen. Ja, das sind zwei Minuten. Da muss der Taximann warten, ne? Ja, zwei Minuten sind das. Hast du Geld bei? Seh ich so aus? Wo soll ich da dein Stecken haben? Ja, in der Spardose. Nein, in der Spardose. Also unter deinem Hut, ja? Ja. Unter meinem Hütchen. Ja. Gib dir gleich mal Spardose. Was? Rauch doch jetzt nicht hier. Wieso? Ja, weil mein Busch brennt sonst. Das ist eh schon so trocken. Das hat das richtig. Was? Was? Hey. Ja, was ist? Ich bin eine Blüte. Äh, du weißt, ich hab da eben schon das Thema. Ja, glaub's aber nicht. Glaube ich glaube, du bist eine zarte Blüte, die schon drei Wochen kein Wasser mehr gesehen hat. Ach komm, jetzt sei doch mal nicht so asozial. Was? Ja, du bist richtig asozial heute. Was ist denn das? Wie wird das geschrieben? Lies mal deinen Namen, dann weißt du es. Schmoker. Ja. Also. Asozial. Okay. Sei mal lieb jetzt. Ja, ich bin nicht lieb. Was hast du denn für Falten am Arsch? Was hab ich wo? Ja, dreh dich noch mal. Mach mal bitte, dreh. Da. Wo ist denn da? Unterm Steißbein. Da sind Falten. Was ist denn das? Das ist doch keine Falte. Das ist ein Knochenbaum. Ach nee, das ist die Unterhose. Ach so. Ja, was hab ich nicht gesehen, ne? Wenn du jetzt mich noch einmal beleidigst heute. Hm? Was? Warum hast du mich denn geheiratet, wenn ich so eklig bin? Ja, weil ich dich liebe. Ach so. Und nicht, weil ich vielleicht gar nicht eklig bin? Nee. Nein. Ich bin nicht eklig. Wo bleibt denn jetzt das Taxi? Wir können schon wieder kein Verbrechen machen. Ach nee. Rossi, grüß dich. Wie geht's dir? Oh Mann. Ist das hier Palitubay? Ja. Ach so. Wie lange braucht der denn? Sandro. Sandro, grüß dich. Wie geht's dir? Sandro. Rittler grüß dich. Ha. Alles gut bei euch, Kinders? Ja, ne? Habe ich noch was? Warte mal. Oh. Erst mal was trinken. So. Ja, lass es dir ruhig gut gehen. Ja. Natürlich. Willst du auch was zu trinken? Ach, nicht, dass du fragen müsstest. Nein, danke. Nee? Okay. Hätte ja sein können. Mhm. Mhm.